Jetzt geht es ums Modest. Blamore, ob du hast von Anfang an. Du wärst immer zu vorderst gewesen. Jetzt sammeln wir den Angriff von hinten. Nummer 2 ist jetzt die Kameras. Bargarde, bitte unterscheiden. Jetzt die Entscheidung. Jetzt gibt es natürlich ein kleines Abtasten. Wir spritzen beide. Jallandre Freude wäre von Claudio Imhoff. Claudio Imhoff zieht zusammen. Und entscheidet zur Vorzeitung. Applaus, bitte schön. Für die USA in Spanien. Claudio da, Stadt Zizi. Zweiter Platz für Jallandre Freude. Das ist ein kleines Abtasten. Es gibt insgesamt vier Rennen der Elitenmärkte, wie ihr es gesehen habt. Und das erste, das ist die Anzahl der Elitenmärkte. Und das ist das. Bravo! 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 Bravo!